ja da bin ich ja wieder ja wie schmutzig das Bild ist ok folgst du mich jetzt er ist der kräuter opi ist der nix oder so kommt hier vorbei so in etwa ein Pilz gut 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 sieht vernundenhaft aus ah hier ist das doch kleiner Schild und ein rostiges Schwert und ein kleiner Haidrank Kuro jetzt bin ich aber da ist es also ah mann ich klicke auf ja mädchenhaft also was das denn sieh also klingisch an 10 klingisch an 12 ist das da besser benötigte stärke 10 10 ja die ist eigentlich besser aber das sieht auch irgendwie aus als ob der andere besser aussieht ne kann ich bitte dich jetzt schlagen Tatsache aber irgendwann konnte man niemand schlagen so kleines Versteckschenken das wird niemand herausfinden du folgst mich noch gut äh nicht gut meinte ich äh lala wo geht's denn hier hin ja lalala ja ja ach ich dachte schon ey jetzt kommt so ein Affen was ist das denn du ihn ok ich glaube das bringt stärke glaub ich was machst du an meinen Mann und das war richtig gut finde ich auch ach der arme komm her ich pop dich nicht wo geht's denn hier dann hier ist nix so also geht es hier zurück was ist das nix nix zum einsamen also wenn derjenige schon das gemerkt hat das ist eine demo version aber nur zum anfang benutze ich die demo version nachher hier geht es wieder zurück irgendwo gab es diese so komische viecher gnome oder wie die heißen die mache ich erst später die sind schon level 3 oder so ich weiß auch hat man hier in der will ja ist hier etwas ist hier etwas ist hier etwas geil was denn hier ich will hier durch ja schön die sonnenstrahlen die hier durchkommen ja hier müssen wir dann was du stinkst alter warum hast du eine fliege und warte wie geht hier speichern ja hier müssen ob es reich holen das headset hier raus alter und stellung spieloptionen wie speichert man ach da hier beim speicherzeichen natürlich speicher erwarte so jetzt noch mal speichern wie hat sich das gelohnt gelohnt wo sind wir hier ach du scheiße in diesem wolf gibt es hier was wow wie geht es denn hier was okay wir können nicht nachher schade gehen wir weg du alter dich wegschlagen alter um ein gott um ein gott hier findest du das goldmützchen ich kann die von da bis da aufheben also das ist mir ein bisschen ja wie soll ich sagen ja wo sind wir hier eigentlich musst du mir den weg zeigen alter wieso kennt sich auch nicht aus ne er ist dann dort speichern deswegen kann man diese holz flacken ich bin aber schon ein guter künstler ach du penner alter nein krägst mich noch einmal aus der kratze ich noch vorher noch bevor du stirbst oder in das ein haus oder so was denn hier ne berri goldmützchen was ist das denn ich dachte schon das wäre so ein dynamit wer war das ich habe irgendwie steine okay okay ja was ist hier passiert Und du? Was machst du denn jetzt? Geh durch das Feuer. Nein. Komm an. Ah, schön, äh, ne Fußmassage, ah ja. Schön die Füße brutzeln lassen. Oh, ich hab' brennen. Was quietscht hier? Was? Oh, ich bin ein Level aufgestiegen, yeah, 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 yeah. Ich muss gleich mal die Frutze sagen. Hey, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich hab' gar nichts gefunden. Was labert der? Ich bin erstmal... Ja, okay. Ich muss ja alles machen, ja. Ja, das ist das... Was quietscht hier? Besen, jetzt kann ich hier... Kann ich Bücher nehmen? Oh, schade. Was ist das? Ein Krog? Minze. Nimm mal die Minze ab. Warte mal. Ich glaub, hier kann man sich heilen. Kann man hier schlafen? Tatsache. Ta... Alter, in dem stinken Bett, alter. Hahahaha. Bis zum Morgen schlafen. So. Guten Morgen. So. Mal. Ach. Mal hier noch was trinken. Ach, ja. Trink mal nur was. So, morgens muss man sich ja erfrischen. Schlüssel? Hm? Achso, das ist der Schlüssel. Oh, das ist der Schlüssel. Ach, da liegt ein Brot. Ah, das ist bestimmt verstopft und alles. Stuhl, kann ich... Kann ich dem nehmen? Nee. Äh, hallo? Okay. Jetzt, dass ich auch rausgeholt hängen. Was haben wir denn hier auf Pfanne? Milch. Die Milch macht Milch. Frisch Wasser. Kleiner Heitrank. Und... Sechs Goldminzen. Wie teuer. Plündere die Truhe im verlassenen Haus. Quest Erfolg. So, warte mal. Jetzt, äh, labere ich die Furzen nochmal und ich konnte die Truhen im Haus öffnen. Ja. Ja, mach die doch eins. Ist ja meins? Danke. Sag die Eiskalteste, du siehst gut aus. Oh, scheiße. Upsal. Upsal. Okay. Puh, schuldigung. Entschuldigung. Großfleisch, okay. Hier liegt großfleisch auf der Erde, ist das eklig. Ich dachte schon, es geht nicht. Es geht ab hier. Okay. Was kann man denn machen? Bratenes Fleisch. Ja. Brutzelmaul das, ey. Hm, lecker. Ja, genau. Die Sarah. Also. Du, agantes Miststück. Ja. Hm. 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 Ja, natürlich. Du, agantes Miststück, ey. Aber, ganz wie du willst. Was? Oh. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Das war so gerade so ein kleines Forum. Was? Ja. Natürlich. Ja, okay. Ja. Ja. Was, was? Du siehst gut aus. Okay, danke. Ich trainiere auch. Gut. So, dann braten wir mal das da noch. Hm, lecker. Wat? Ich sehe doch nichts in der Pfanne. Also, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ja. Vielen Dank.